In dieser Videoserie zeige ich euch den Avid Pro Tools S3 Controller. Diese Episode zeigt dir, wie du die S3 als Standalone Monitor Controller nutzen kannst. Die S3 hat ein integriertes AVB Audio Interface, aber sie kann auch als eigenständiger Monitor Controller genutzt werden. In meinem Fall nutze ich mein Pro Tools HDX2 System mit einem HDIO und die S3 als Monitor und UCon Controller. Zuerst verbinde deinen Stereo-Mix-Ausgang des HDIOs mit den Eingängen 1 und 2 der S3. Du kannst ebenso ein zweites Stereo-Signal an die Eingänge 3 und 4 anbinden, zum Beispiel ein iPhone, den Computer-Audio-Ausgang oder eine zweite Stereo-Summe aus dem HDIO. Verbinde die XLR-Ausgänge 1 und 2 mit deinen aktiven Lautsprechern oder deiner Endstufe. Wenn alles verbunden ist, drücke die oberen rechten beiden Seitentasten, um in den Monitor-Modus der S3 zu wechseln und wähle den Eingang zum Abhören. Die Select-Taste schaltet die verschiedenen Eingänge durch, AVB 1, 2, Eingang 1, 2, Eingang 3, 4 und zurück zu AVB 1, 2. Dies schaltet dann den AVB-Eingang, Eingang 1, 2 oder Eingang 3, 4 auf deine Abhöre. Du kannst das Eingangssignal von 1, 2 und 3, 4 in der Lautstärke anpassen und kannst hier als Pärchen linken, indem du die Shift-Taste auf der S3 drückst und den jeweiligen Encoder für jedes Eingangspärchen. Du kannst zwei unabhängige Lautsprecherpaare betreiben, ein Pärchen am Main und ein Pärchen am Alt-Ausgang. Die Lautstärke wird über den jeweiligen Encoder geregelt. Die Select-Taste schaltet entweder den Main-Ausgang oder den Alt-Ausgang. Stummschaltung aktivierst du mit der In-Taste und Dimmen kannst du durchdrücken auf den Encoder. Die globale Dim-Lautstärke wird über den drittletzten Encoder eingestellt. Ebenso kannst du den selektierten Eingang auf den Kopfhörerausgang ruten, indem du die In-Taste des drittletzten Encoders drückst. Die Lautstärke für den Kopfhörer regelst du am Drehregler an der rechten Vorderseite der S3. Du siehst, die S3 kann neben einem AVB-Interface und UCon-Controller auch als flexible und leistungsfähige Monitor-Sektion genutzt werden. Denk bitte dran, dir die weiteren Videos der Serie über die Avid Pro Tools S3 anzuschauen und wirf auch gern einen Blick ins Handbuch.